ja halli hallo liebe leute hier ist wieder euer mofa ich grüße euch ganz herzlich und zwar ich wurde schon ein paar mal gefragt wie man einen unturned multiplayer surfer erstellt beziehungsweise einen hamachi surfer das möchte ich euch auf jeden fall mal gerne zeigen geht verhältnismäßig einfach und ihr braucht eigentlich nur zwei sachen dazu das ist einmal das spiel selbst unturned gibt es bei steam verlinke ich natürlich in der video beschreibung und locken in hamachi das ist natürlich der server wo eure kumpels dann darauf connecten ja mehr braucht ihr nicht dieses locken in hamachi das könnt ihr bei chip downloaden den link stelle ich natürlich auch in die video beschreibung so wenn ihr das runtergeladen habt ich lade es jetzt mal auf die schnelle runter dann geht ihr das ganze natürlich installieren und ich habe das ganze schon installiert und deswegen mache ich das jetzt auch nicht so und dann habt ihr auf jeden fall so ein desktop icon also locken in hamachi und zwar da geht ihr erstmal ein doppelklick drauf machen und es sieht dann bei euch erstmal so aus dass hier offline steht und ihr könnt auf jeden fall noch nichts machen so dann öffnet oder drückt hier mal diesen anknopf das dauert einen kurzen moment bei euch müsste jetzt diese liste noch leer sein ich habe jetzt nur schon ein netzwerk drin weil ich schon mit meinem kumpel auch ein bisschen zock so jetzt ist aber wichtig alle leute die in diesen hamachi surfereien wollen brauchen auch dieses hamachi programm also die müssen dieses programm auch haben sonst können sie nicht mit oder auf euren server connecten so wenn ihr den server hostet oder wer auch immer von euch den server hosten möchte der macht ein neues netzwerk und gibt ihnen dann mal einen namen ich nenne es jetzt einfach mal mofas test server 11 und gebe einfach mal ein passwort mit 123 123 und erstellt einmal hier einen server dann seht ihr schon habe ich hier mofas test server 11 da ist jetzt noch aber keiner von meinen leuten jetzt drinnen so wie verbinden jetzt eure kollegen oder freunde die gehen jetzt auf netzwerk bestehenden netzwerk beitreten so und dann brauchen die diesen namen hier das nennt sich dann eben mofas und habe ein bisschen blöd geschrieben test server 11 und passwort haben wir vergeben 123 und dann müssten die auf beitreten drücken das geht bei mir jetzt leider nicht weil ich ja eben schon in den netzwerk drinnen bin dann müssten aber eure leute ganz genauso wie mein kumpel hier number one müsste dann hier unten eure leute drin stehen in der demo version sind leider nur fünf leute möglich die einscheunen können aber das sollte denke ich mal für am anfang reichen so wenn ihr dann das gemacht habt und eure kollegen alle hier drinnen sind dann drückt derjenige der diesen surfer hostet drückt dann hier oben mal auf rechtsklick auf diese ip und kopiert mal diese ip v4 adresse so die schickt ihr dann allen leuten die mit auf diesen surfer connecten wollen denn dann kommt schon der nächste schritt wir gehen jetzt einfach mal ins game so und im game angekommen drückt dann derjenige der diesen hamachi surfer stellt hat drückt dann einfach mal auf play geht auf host und stellt hier eben seine sachen ein was er haben will pve pvp oder was auch immer so und dann merkt ihr euch hier unten diesen port der ist eigentlich immer gleichbleibend aber ihr solltet ihr euch ihn trotzdem mal aufschreiben falls das mal nicht der fall sein sollte so maximal players acht ihr könnt ja sowieso durch hamachi nur fünf leute mit rein nehmen von dem her ist es egal passwort habe ich jetzt hier einfach mal nämlich 1 2 3 so und dann drücke ich jetzt einfach mal auf host und jetzt erstellt er mir einen surfer jetzt bin allerdings nur ich auf diesen surfer drauf und nicht eure freunde und das ist dann natürlich ein bisschen blöd deswegen zeige ich euch mal wie eure freunde dann verbinden müssen und zwar dann muss ich jetzt mal hier kurz disconnecten eure freunde würden das dann in dem fall so machen die drücken dann hier auch auf play allerdings nicht auf host sondern auf connect und geben dann hier diese ip adresse ein ich habe sie schon eingegeben ich habe jetzt so ich füge es jetzt noch mal ein das ist die ip adresse von hamachi surfer so das passwort habe ich ja den surfer dann auch gegeben 1 2 3 und dann drücken diese eben auf connect ich kann jetzt in dem fall nicht connecten weil der surfer ist ja in dem moment nicht offen weil derjenige der ihn hostet ja nicht da ist das wäre in dem fall dann auch ich aber im großen und ganzen solltet ihr dann mit euren leuten auf jeden fall dann zusammen spielen können wie gesagt bis zu fünf leuten ja ich hoffe dann dass das tutorial euch ein bisschen geholfen hat und dann war es das auf jeden fall von meiner seite dann bedanke ich mich auch fürs zuschauen und macht's gut euer mofa ciao ciao